Herzlich willkommen bei 3D Printing2U. In diesem Video zeigen wir euch, wie ihr mit geringem Aufwand und wenig Kosten die Verkabelung eures Druckers auf jeden Fall verbessern solltet, um die Sicherheit sowie den Brandschutz zu erhöhen. Aufwendigere Verbesserungen der Elektronik werden wir in weiteren Videos darstellen. Es gibt mittlerweile einen Haufen von Beispielen von abgebrannten 3D Druckern. Oftmals sind die Brandursachen auf zu unachtsame Kabelmontage zurückzuführen. Bei der Verkabelung solltet ihr Sicherheit stets Vorrang geben und genauestens darauf achten, dass alle Kabel richtig verschraubt und positioniert wurden. Ein wichtiger Faktor, um euren Drucker sicher zu betreiben, ist eine gewissenhafte Montage und eine regelmäßige Kontrolle der Kabelbefestigungen. Für eine einfache und sichere Montage der Kabel haben wir euch folgende Werkzeuge herausgesucht, mit denen die Kabel relativ leicht und ohne Beschädigungen oder Ausfransen bearbeitet werden können. Die Werkzeuge haben wir euch in der Videobeschreibung verlinkt sowie auf einem OnePager zusammengestellt. Achtet außerdem bei und während allen Arbeiten darauf, dass der Stecker natürlich ausgezogen ist und dies auch während der Arbeiten bleibt. Bevor ihr loslegt, gibt es noch einen kleinen Tipp von uns. Ab und zu kommt es vor, dass an der Kabelhalterung des Netzteils eine Schraube fehlt. Diese kann sich im Netzteil befinden. Ihr hört die Schraube, wenn ihr das Netzteil leicht schüttelt oder dreht, klappern. Die Schraube solltet ihr vor Inbetriebnahme auf jeden Fall entfernen. Achtet außerdem darauf, den Volt-Schalter am Netzteil auf die richtige Spannungseinstellung zu schieben. An einem der Kabel zeigen wir euch hier die richtige Befestigung von Ader-Endhülsen. Ihr solltet zunächst die Enden abknipsen und mit einer Abisolierzange den elektrischen Leiter freilegen. Durch das Verwenden einer Abisolierzange können häufig kleine Beschädigungen am Leiter vermieden werden. Schon kleine Kernen oder das Abtrennen einzelner kleiner Drähte aus dem Gesamtleiter können durch die Querschnittsverkleinerung des Kabels die Betriebssicherheit stark gefährden. Natürlich könnt ihr das Kabel auch mit der mitgelieferten Zange abisolieren. Achtet dabei darauf, die Kupferkabel nicht zu beschädigen. Je nachdem wie gut eure Abisolierzange ist, müsst ihr das Kabel zum Extruder sogar mit der Zange abisolieren, da hier die Isolierung etwas widerstandsfähiger ist. Das abisolierte Kabel kann dann mit Adern-Endhülsen ausgestattet werden. Wir haben für die Kabel folgende Endhülsen verwendet. Adern-Endhülsen schützen eure abisolierten Kabelenden, sodass sie ohne Beschädigung der Kupferdrehte in Klemmverbindungen angeschlossen werden können. Achtet vor dem Krimpen darauf, dass ihr das Kabel bis zum Anschlag in die Adern-Endhülse einführt. Danach sollte das Kupferkabel noch ein kleines Stück aus dem vorderen Ende der Hülse herausstehen. Das Krimpen an sich erfolgt durch die plastische Verformung der Ader-Endhülse. Hierfür solltet ihr das passende Werkzeug verwenden. Eine Krimzange unterstützt euch dabei, die Adern-Endhülse mit der notwendigen Kraft auf das Kabelende zu pressen. Überprüft nach dem Krimpen durch leichtes Ziehen, ob die Verbindung zwischen Kabel und Endhülse sicher funktioniert hat. Sitzt die Hülse fest und rutscht nicht, kann das überstehende Stück Kabel einfach mit einer Zange entfernt werden. Beim Vorbereiten des Netzkabels sollte das gelbe Erdungskabel etwas länger sein als die stromführenden Kabel. Sollte eines der stromführenden Kabel einmal die Verbindung zum Drucker verlieren, ist die Erdung somit stets sichergestellt. In unserem Fall könnt ihr erkennen, dass das Erdungskabel etwas länger ist. Ihr könnt hier auch gerne etwas mehr Kabellänge einplanen. Ebenso wichtig ist eine Zugentlastung des Stromkabels. Wir haben das Ganze so gelöst. Zur fertigen Montage werden die Adern-Endhülsen in den Klemmverbindungen festgeschraubt. Damit sich die Hülse beim Zuschrauben der Klemme selbst einzieht, solltet ihr diese auf der linken Seite der Befestigungsschraube positionieren und mit der Schraube festziehen. Wir haben das Netzkabel, Extruderkabel und das Kabel zum Heizbett mit Adern-Endhülsen ausgestattet. In diesem Video möchten wir euch außerdem zeigen, wie ihr an passenden Stellen Kabelschuhe einsetzen könnt. Kabelschuhe sehen folgendermaßen aus und bieten sich besonders bei Kabelenden an, die am Netzteil befestigt werden. Wie bei Adern-Endhülsen ist es wichtig, die verwendeten Kabeldurchmesser zu berücksichtigen. In unserem Fall haben wir nur das Kabel vom Netzteil zum Motherboard auf einer Seite mit Kabelschuhen und auf der anderen Seite mit Adern-Endhülsen ausgestattet. Die Montage der Kabelschuhe erfolgt identisch zu der Montage der Adern-Endhülsen. Achtet beim Krimpen darauf, dass zum einen der Kabelschuh horizontal in der Zange liegt und zum anderen das Kupferkabel ein Stück aus der Klemme herausschaut. Bei professionellen Zangen sind spezielle Adapter für Kabelschuhe vorhanden. Wenn ihr auch das Netzkabel lieber mit Kabelschuhen ausstatten möchtet, achtet darauf, dass der maximale Querschnitt der Kabelschuhe einen Quadratmillimeter beträgt. Wir hatten hier zunächst versucht, die roten Standardkabelschuhe bis 1,5 Quadratmillimeter zu verwenden. Diese saßen allerdings etwas locker und waren uns zu unsicher. Daher verwendeten wir die Kabelschuhe nur an dem dickeren Versorgungskabel zum Motherboard. Achtet bei der weiteren Verkabelung darauf, dass eure Kabel nicht beschädigt sind und keine Ausfransungen an den Anschlusspunkten aufweisen. Auf eine sehr saubere Verkabelung muss besonders am Heizbettkabel geachtet werden, da hier der größte Strom fließt. Außerdem achtet darauf, dass kein Zug auf eurem Kabel entsteht, also immer genug Kabellänge vorhanden ist. Mögliche Verbesserungen der Elektronik, die ihr auch nach Inbetriebnahme eures Druckers durchführen könnt, werden wir in weiteren Videos zeigen. Wir würden euch empfehlen, über eurem Drucker einen Rauchmelder zu installieren und ihn nicht unbeaufsichtigt zu betreiben. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Schreibt uns Fragen gerne in die Kommentare oder auch auf unsere Facebook-Seite und empfehlt uns weiter, wenn ihr die Videos hilfreich findet.